Man muss bremsen Leute da war ein Loch drin Oh man Ja verarscht man ihn auch noch mit eher fetten Lächeln Ich bin gleich zweimal reingefallen Also eigentlich sollte man nur seinen Fehlern lernen Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online Online zusammen mit den Loser Also mit Kiew Hallo zu sein Hallihallo ihr Lieben Seid das schön Herzlich willkommen Ihr seid schön Wir kriegen los mit einer Keine Übersetzung Asian Parkour Autorennen Supersportwagen 30% Das könnte schwer werden Ja das ist Level Asian Ist das eine Ding da oben Dafür ist ja nicht gewinnen Weil die kann den Stunt so viele die Checkpoints haben Deswegen Level Asian Das ist eine ganz schlechte Idee Jungs das ist eine ganz schlechte Idee Oh mein Gott Was wo Lol Da an der Seite ist der Ey der Klassiker Der Klassiker Der Klassiker Schon wieder null Caps jetzt geschafft hat Der richtige Pro er weiß das einfach Da fällt der Ja und das fällt am Bötenrand runter Achso Dena Ding stinkt tief Oh Dena Dena Ich will nur sagen heute gibts du die Die Rache Marvin du Bastard Wieso Ciao Wieso Heute gibts die Rache Heute gibts die Rache Heute gibts die Rache Ich hab's doch im letzten Mal Warum bist du da einfach in Ziel gefahren Ey Marvin du bist so ein Stickpotzen Ey Marvin du bist so ein Stickpotzen Wieso fahr ich denn hier Ey Dirkur ich kann da nichts für man Du hast mich runter gestoßen du Lappen Aus Versehen Ich glaube nicht, dass es auszusehen war. Geh weg auszusehen! Ich glaube auch nicht, dass es auszusehen war. Ich hab so viel Pech hier, please. Ich hab den Punkt bekommen, lol. Ey, geh weg hier. Nein! Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich bin auch noch nicht oben. Aber was ist denn da rübergekommen? Jetzt hab ich ein Problem. Jetzt hab ich ein Problem. Komm! Nein! Nein, mach ich rum! Ich wollte dir helfen, Abi. Du hast doch gesagt, du bist verzweifelt. Und so hab ich deiner Verzweiflung einfach... Die hab ich aus dem Weg geräumt. Hochwerfen! Alter. Und ich explodiere. Ist echt ein hartes Ding. Ich fall schon wieder runter! Wow, wow, was war da los? Nein, auf dem Rücken! Shit, shit, shit! Oh! Ich will dich abschießen! Warum funktioniert das nicht? Boah! Schnell aus der Schusszone von Marvin! Ah! Oh nein! Dener! Dener? Ja? Ich mach nix. Ey, mach du... Ich mach nix, du mach nix. Du musst doch mit King & Cap zusammenhalten. Ja, okay. Aber ey! Ich mach nix, ich mach nix. Ich kenn deinen, ich mach nix. Nein! Nein! Die gehen easy runter schützen können. Ich hab sie nicht gemacht. Nein! Okay, okay, okay. Aber die Rache-Kutsche gibt es trotzdem noch. Na ja, hast du gar nichts runtergeschoben? Ah, doch, 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 doch. Ich muss alles von vorne machen. Nein, nein! Wer hat diese Haftpump da gelegt? Warte, 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 wir schauen uns das Feuer an. Wir schauen uns das Feuer an! Okay, okay, ich schau ja nur. Lass uns das gechillt machen. Genau, einfach hierüber. Ey, so nen Käse! Jawoll, ich hab es! Ich hab so verkackt. Und Depo hat mich überholt, das ist schon peinlich wieder. Okay, weiter geht's. Aber Cap ist schon so ein Schlaminer. Der hat alles voller Haftpumpen da gelegt. Ja, na klar! Wir sind doch hier im GTR-Modus. Da muss man gelesen, wenn keine Kanning-Stunts sind. Ey, Deko, so musst du respawnen, so hast du keine Chance mehr. Trau meinen Nüsse. Kannst leider nicht drehen von dieser einen Seite in Position. Was? Alter, wer hat der Abform jetzt gelegt? Ist das der Felix, der jetzt hier übermittelt wird? Nein, wir haben nichts gemacht. War das der Felix? Es ist der Felix wieder. War das der Felix? Er hat niemand Geld verbracht, aber er lügt, dass wir ihn gekauft. So, einmal Rache-Kunststoff holen. Ne, okay, der war doch nicht. Ja, das war die Rache. Nein, 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 das war die Rache noch nicht. Ich lüge als hätte die sagen, Rache oder ist keine Rache. Dann bin ich ja für Jahrzehnte unsicher. Da ist er. Ja, bist du auch. Scheiße. Okay. Aber wir preschen nach vorne. Wenn ich in dieser Folge erster werden sollte, dann ist die Rache abgeklungen. Ist die Rache abgeklungen? Alles klar, alles hört sich gut an. Marvins Rache ist von leichtlebiger Natur. Nein, wie soll das denn funktionieren hier? So, ich glaube ich bin wieder bei dir. Ja? Marvins Rache ist meistens von Arsch enthalten in der Natur. Bitte was? Bitte was? Oh Mann. Serious? Oh Mann, das ist wieder sein Beko-Spruch. Er war echt genial. Nein! Ich muss sagen, ich hab den auch ein wenig gefeiert. Ja, er war echt nicht schlecht. Also, ich muss sagen. So, Punkt haben wir. Oh fuck, der ist so. Wiko haut ja heute die komische Sprüche raus, aber der war echt zucker. Aber der war genauso schlecht wie immer, oder nicht? Aber er war witzig. Er war schlecht, aber witzig. Nein! Ich will hier raus. Der war nicht schlecht, der war richtig gut, Alter. Ich hab keine Ahnung. Hallo, hallo, hallo. Dreh dich. Dana ist oben hängen geblieben und ich fahr unten weiter, ey. Was? Wie soll das funktionieren? Ja, Dana, ich hab noch was für dich. Ja, genau. Baller ihn ab. Hau! Hau! Genau deswegen. Du warst zweimal in deiner Stimme. Ich ernähre mich von kleinen Kinderseelen. Ja, ich merk das schon. Was? Bist du der Ziegenmann, oder wie? Nee. Ich habe einen Auftrag. Mehr kann ich nicht sagen. Hey, Junge ist definitiv der Ziegenmann. Ja, Mann. Basta, wo bist du? Ich bin Erster! Das kann Deko nicht glauben, ne? Das musst du dich eigentlich freuen. Boah, wie fahr ich denn? Nein, nein, nein. Buh! Die ist so kacke gebaut eigentlich, diese Map. Also, ich find's irgendwie cool, dass es ein bisschen Offroad-Style ist, aber man blickt irgendwie nicht ganz, wo man hin soll, die ganze Zeit. Und jetzt aber Speed! Man sieht ja nicht, wo man hier durchkommt, wo man nicht durchkommt. Ja, das sieht super aus. Jetzt weiß, welche Kante du meinst, Marvin. Ja, diese allgemein, diese ganzen Verbindungsstücke, die sind so komisch zusammengebrochen. Und das ist Ziel! Alter! Was? Was? Ja! Und ich fahr dran, dass keiner mehr beenden kann. Sehr geil. Alter! Und die Rache ist abgeklungen. Ja, ja. Ist das dein Ernst hier? Ist die Numero Uno! Was mein Ernst? Irgendwann später. Oh, ist das genial, Alter. Das ging echt runter wie Öl, muss ich sagen. Und jetzt fahr ich ins Ziel. Als ob Kev im Ziel ist. Als ob. Als ob. Das kann doch nicht wahr sein. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich hätte Kev geschlagen. Ich hätte Kev geschlagen. Ich hätte Kev geschlagen. Wie ich Kev einfach easy gehabt hab. Hä? Dann hat er seine scheiß Zehntausend. Toll! Zehntausend Anmärungen. Ich hab nen Granatenwerfer. Hintereinander hat er gehabt. Ich muss ins Ziel gehen, weil sonst wirklich den hat das. Tut mir leid. Den hätte ich geachtet. Please! Du wirst sagen, die map war aber geil. Ey, jetzt räche mich an euch beiden, ihr Ficklappen. Ich hab da nichts getan, Felix. Ist schön. Und, explodierst du? Nein, ich hätte nicht so gefeiert. Mach es. Hahaha. Meine Fettel. Das ist seine letzte Chance vergangen. Da liegt da der Fisch. Den Hans. Waaaaaah. Er schwimmt noch nicht mal mehr. Aggression. Hahaha. Also richtig fresh map. Die alle werden auch in der Beschreibung verlinkt. Gönnt euch die map. Und Deko geht tauchen. So ist es. In einer Sekunde geht es weiter. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Mit einer Scunning Stunts Map. Mit dem Motorrad. Barty ist am Start. Alles ist dabei. Denn das hatten wir schon lange nicht mehr. Mit der Community oder mit der Hilfe von der Community. So ist es hier eine map. Loser-Troll-Map von, ich glaube bekannt war das, oder? Was ist das denn? Was hatten wir schon lange nicht mehr? Was für eine A4 Map ist das? Das ist ja keine Asian Map. Oh, geil. Das ist GTA-Style. Ähm. Also machen wir nur Raketen oder auch Schüsse? Alle auch Schüsse. Ähm. Wahrscheinlich geht noch Rakete, oder? Ich weiß nicht. Ist doch einfach richtig frei. Ach stimmt. Ja, doch stimmt. Da kann er ja nicht. Das ist ja keine Instanz hier. Hey, was macht ihr? Warum seid ihr so hoch? Ohhhh. Ja. Ohhhh. Ohhhh. Ahahaha. Nice. Ich bin durch. Ich kenne da halt. Oh man. Wir haben uns erst mal... Man muss da Wind schalten, wenn das geht. Ich war zu langsam, um auf den scheiß Looping raufzukommen. Oh, den er kennt den Trick doch gar nicht. Ja, wie ist der Trick? Man muss die ganze Zeit tippeln. Also nach hinten, aber tippeln. Nicht gedrückt halten. Und Dan, was bedeutet das? Was macht das? Dann bleibt man gerade. Oh nein. Oh nein. Okay, danke. Dann fliege ich runtergefallen. Ich auch. Aber ich habe mich wieder gerettet. Puh. Was? Wer hat da geschossen? Nee, hier. Daddy. Daddy, cool war das. Oh Leute, war kack. Scheiß, Alter. Daddy. Alter, was ist das denn für Looping? Alter. Und jetzt, wisst ihr wo man startet? Komplett hinten wieder. Nein, ich habe es doch geschafft und dann fliege ich raus. Ja, ich bin auch rausgeflogen. Ich habe mich auch nicht gerettet. Oh. Ich bin am Ende rausgeflogen. Ich bin seit ich... Ich bin so unstabil. Ich bin so unstabil. Und dieses Tippeln bringt mir nichts richtig. Wie meint ihr es mit dem Tippeln? Einfach, also wir klicken. Du hörst ja ganz. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Ganz links aneinander. Bam, 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 bam. Genau. Einfach proben, dann scheint ihr so oben an der Decke einfach zu flieben. Okay. Oh. Was war das denn für ein Tribe? Oh, lol. Was ist das denn hier? Hat es doch keiner geschafft? Ja, ich bin durch, ich bin durch. Aber... Danach... Ey, es ist doch sogar mit Waffen GTA-Aster, glaube ich. Ja, 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 ja. Ja, ist es, ich wurde drüber angeschossen. Ich... Tapp, 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 tapp... Mann. Ich bin nicht mit. Ja, ich bin nicht mit. Ich glaube bei dem ist ja schwieriger mit Controller. Ich weiß gar nicht, was da ist. Ja, ja, das Ding ist, dass ich halt mit dem selben, mit dem... Weißt du, wenn ich nach hinten tippe, dann bin ich auch ein bisschen links-rechts, weißt du? Ja, flicke raus, shit. Und diese minimalen Änderungen sind halt voll schwer. Kleiner Tipp für euch. Was? Wenn ihr alles geschafft habt und dann bei dem Booster-Speed seid, ihr braucht den Speed der Looping. Ja, ich bin, ich bin da geht geflogen gegen die Wand, ey, please, das ist hart. Alter, ich war zu langsam. Ich war zu langsam für den Looping und bin rausgeflogen. Lol, Deko, ich bin wirklich gestorben, ne, bei der Aktion. No, 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 no. Ey, das habe ich ja nicht. Lol. Ey, hol dich. Anschwung? Ne, ich habe verkackt mal wieder. Ich auch. Ich wollte den Tatsch geholen. Ey, warum? Boah. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, aber ich habe überlebt. Ey, ich habe seit drei, vier Try, ich habe da keinen richtigen Try. Weil jeder schießt mir die Reifen. Lol. Marvin hat auch die Reifen zerschossen, der Bastard. Passier dich, Deko. Du kriegst da eine drauf, Alter. Alter, maximal Speed. Als ob ich hier wieder runtergeflogen bin. Als ob. Mann. Nein, 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 nein. Nein, jetzt sind wir mitten auf dem zweiten Looping der Reifen geplatzt, ey. Oh, Mann. Ich habe den zweiten Looping da nicht hinbekommen. Ey, den da. Kennst du den noch? Ey, hör auf, warum, warum? Du kannst doch nicht auf so einer Map meine Reifen kaputt schießen. Warum? Nein. Das macht doch gar keinen Sinn. Was da groß der ist. Komm, 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 komm. Haben wir es, haben wir es? Wir machen mal wieder Tryhardt. Selbstmord als ob. Oh, nein. 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 Ja, genau, Leute. Das ist mal eine sehr interessante Reifen. Nein. Nein. Fick mich, Alter. Viel zu weit, Alter. Diese Wegpunkte sind echt weit auseinander. Ja. Ich brauche Radio. Nein, das geht nicht. Schau gefährlich. Ich habe es noch nicht einmal durch den zweiten Looping durchgeschafft. Nein. Nicht durchgeschafft? Schon, aber halt nicht ins Loch rein. Ja, genau. Das ist so das Problem. Das Problem kenne ich gar nicht sonst. Was ist denn los mit dir? Ja, Papa ist durch. Der wahre Kiel. Was, wir haben es geschafft. Papa ist einfach durch. Und jetzt kommen Spiralen mit dem Motorrad. Nice. Der hat ja Dena letztens noch schon gebliebt. Nein. Oh, yeah. Was haben wir jetzt hier? Dena, warte, wir fahren nochmal zurück. Ja, genau. Wir machen das jetzt so. Ein Spiral. Oh, das ist so eine Art Parcours. Das kannst du verkackst du auch übrigens hier noch nicht richtig mit. Cool, cool, cool. Wo fahren wir lang? Wo fahren wir lang? Marvin schummelt. Ich habe es. Ich habe es richtig geschafft. Ich bin gestorben. Ey, come on, also. Dann hast du es wohl nicht geschafft. Aber Dena, Dena, das war doch so möglich. Ich habe es so geschafft. Ich habe es aber so geschafft. Ich war zu langsam. Alter, was ist jetzt los? Also man kann selbst davor, wenn man dagegen prescht, gegen die Band. Das ist möglich. Wir heute nicht nur verarschen. So, bist du ein Assi. Aber du hast es richtig gemacht. Was? Du hast es richtig gemacht. Ähm, definiere mich richtig. Ja, du bist vom Looping direkt da rein. Nein, was ist das denn? Oh, serious? Oh Gott. Bist du vom Looping direkt da rein? Ähm, nein. Okay. Weil ich bin. Aber Papa, hattest du uns? Sie verarschen? Ja, klar. Halt's ab, mich jetzt hier runterfallen. Aber Papa, hattest du mich verarschen? Also ich habe es jetzt auch so gemacht wie Kev. Halt's ab. Halt's ab, ich fasste aus. Alter, hier ist das so ein Test. So ein Labyrinth passiert. Ich bin aus dieser blauen, ich bin aus dieser blauen Landeplattform, weil landet davon wieder runtergefallen. Oh nein. Oh, ich bin drauf gelandet jetzt endlich. Oh, come on. Komm. Es gibt es doch nicht. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich hier langen soll. Das ist echt gar nicht so leicht. Das ist auch noch eine Träume. Ich bin, ich habe, oh, komm, fick dich, du Horn, glaube ich. Was ist denn los? Ich habe den Sprung von dem blauen aus dem rot nicht geschafft. Ja, das ist ja, was ich auch nicht geschafft habe. Hä, what the fuck, was ist das für ein Labyrinth? Ich kann darauf gar nicht klar. Alter, ich komme überhaupt nicht auf klar. Hast du das Labyrinth schon geschafft? Nee, ich fahre hier seit Minuten, aber nur lang. Ich auch. Please. Das ist auch richtig verzwickt, glaube ich, gebaut. Ja, der ist schon ziemlich krass, ja. Weil der ist auch über verschiedene Höhen-Ebene, Mavi. Dich das aufgefallen? Echt? Der geht auch nicht nur unter die eine Ebene, sondern auch über verschiedene Höhen und so. Wie kann ich denn hier jetzt mal wieder ausüben? Ja, ja. Achso, da, stimmt, ich sehe es. Warte mal, ich bin jetzt auf den Cube zum Beispiel. Du kommst da manchmal irgendwie raus. Warum? Was ist das für ein Bastard, Alter? Äh. Ich glaube, ich habe den Weg. Ich glaube, ich habe ihn. Ich muss irgendwie nach oben kommen. Aber wie komme ich denn nach oben? Ja, das ist echt, ich weiß nicht, Alter. Ich bin nur kreuzig und quer gefahren. Okay, hier. Alter, ist das nice. Ich sterbe gerade jedes Mal, wenn ich aus dem Looping rausfahre. Ja, ich sehe den Punkt. Oh nein. Das war aber echt knapp. Ich bin perfekt gerade aufs das Grüne rauf, ne? Und dann bin ich, ich weiß nicht, wo einfach vom Bike geflogen und auf ein anderes Dach gebackt worden. Also wohl doch nicht perfekt. Doch, es war perfekt. Gebacken? Gebacken wurde ich, Alter. Es war komplett, ich weiß nicht, Alter. Ja, klar, das ist ja mega geil jetzt hier. Dieser Sprung. Inverted Looping. So, hier. Geben Sieb Vollgas. Da bin ich nach oben. Warte, wir schauen uns das mal an. Da müssen wir langen. Hier müssen wir irgendwo hoch. Da kommen wir. Okay, ich müsste. Nee, auch nicht. Was war das denn nicht? Nach rechts, da muss ich nach links lenken, glaube ich. Was zum Fuck? Geben wir hier ein bisschen Gas heute. Fliegen wir mal wieder. Das sieht gut aus. Das könnte hier was werden. Jetzt bin ich eine Stelle schon mal nach oben gekommen. Nein, auf, das Blaue rauf war ich zu schnell, weil das gibt's doch nicht. Nicht weit genug. Okay, das war aber irgendwie auch wieder die falsche Seite. Raste aus, Alter. Ich raste aus. Ey, der Punkt ist aber richtig verzwickt. Weiter Looping, come on jetzt. Alter, mit diesem vierten Bonus, ne? Also, wenn du zu weit hinten bist, dann kann ich... Da hinten muss ich hin? Was? Oh, Alter. Was soll man das denn packen? Oh mein Gott, das ist doch so crazy. Also, hier wird auch nicht... Fick meine Eier! Oh nein, ich mach das nicht. All right. Ey, der hat das immer noch nicht. Dass es ein offizielles Fick meine Eier T-Shirt gibt. Nein. Oh, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. So geil bin ich noch nie geflogen. Ja, ich hab's. Nice. Der Punkt war eigentlich nicht leicht. Ach, da hinten? Ah, okay, okay, okay. Warte mal noch mal. Der Punkt war eigentlich nicht leicht. Oh shit, was mach ich denn da? Ey, Geis, ihr werdet im Labyrinth hier durchdrehen. Ja, ich werde durchdrehen. Also, ich komm nicht mal ins Labyrinth. Egal, ich. Aber ich hab den Punkt jetzt auch. Nice. Was für einer Scheiße ich hier die ganze Zeit rauskriege. Mavi, mein Tipp an dich. Auch hierbei, auch wenn man's nicht anmärkt. Ich will keine Tipps, ich will keine Tipps, ich will keine Tipps. Man muss... Ich will keine Tipps. Lalalalalalalala. Loil, da war ein Loch drin? Please. Oh man. Ja, verarscht man ihn auch noch und er fällt in ein Löcher rein. Ich bin gleich zweimal reingefahren. Also, eigentlich sollte man nur so einen Fehlern lernen. Eing. Oh man, please. Oh, jetzt kommt die Rampe to the Sky mit Wustan. Ist das der Gleit, von dem wir immer geträumt haben, Mavossa? Definitiv nicht das, wovon ich immer geträumt bin. Oh. Das kann ich mir mal klarstellen. Achso. Ist das der Gleit, von dem wir geträumt haben? Come on, come on, come on. Aber ganz ehrlich, diese Map ist Zucker. Also, an... Die ist der Gleit, von dem wir geträumt haben. Ist es? Ist es? Ja. Alter, ich bin fullspeed gleit, ich fliege jetzt zur Militärbasis. Nice. Also, man muss es nicht tun, Marvin, aber ich war die Zwischenchallenge, ich fliege zur Militärbasis. Ja, wenn du nicht musst, dann musst du nicht, ne? Marvin, aber guck dir das an. Das lädt zum Gleiten ein. Tu es. Tu es. Tu es einfach. Tu es. Du hast so ne Geschwindigkeit, du kannst gar nicht an Höhe verlieren. Also, ich hasse es, ich fliege jedes Mal vor den Grünen zu weit. Alter, ist das? Wo ist denn hin? Was? Wo muss ich denn rein? Alter. Ist das geil. Aber was du jetzt am Anfang gemacht hast, war das feuchtel auch? So eine Map wünsche ich mir eigentlich von euch. Erstellt das bitte und schickt mir so eine Map an uns Zuschauer-Ete p mit kev.de. Alter. Doch noch mal langsam, kev, noch mal langsam. Glaubst du das zu schliessen? Marvin, du gleitest auch, okay? Ich weiß ja nicht mehr, wovon du redest, aber ja. Ach, nach unten müssen wir! Ach so! Ich dachte, wir müssen in so eine Röhre reinspringen, das ist ja noch mal wieder richtig fresh. Ey, was ist denn das für ein verficktes Labyrinth hier? Ja, ey, das ist richtig heftig. Ich bin entweder zu schnell oder zu langsam, das hat meistens nichts damit zu tun, wie schnell ich durchgefahren bin, sondern viel mehr damit zu tun. Wir fahren mal ein bisschen an der Seite. Gehen wir nur ein Speed oder so mit. Komm, komm, komm. Mavi, ich hätte... Also locker mit dem Militärbasis. Ja, aber was willst du bei der Militärbasis? Ich habe eine Ahnung, was willst du da nicht, das ist der Gleit, den wir uns immer gewünscht haben. Ach so, ich habe den Punkt aber jetzt nicht mal eingesammelt, ne? Also ich habe den jetzt eingesammelt, aber ich bin erstmal weggegleitet. Nein! Ich bin vor dem Punkt aufgestellt, ist das geil. Okay, die Challenge. Gleitest du auch gerade weg? Ja. Nein, oder? So, ich bin gleich... Nee, okay, gleich, ich bin noch lange nicht da, aber ich bin auf dem Weg. Ey, ist das genial! Wer auf dem Weg? Es ist so... Es ist so genial, dass man hier so einen Gleiten... Ne, will ein bisschen lenken? Nein! Du musst die Kurve hinkriegen, das ist das Problem. Oh! Was auch immer... Ich wurde in die Röhre reingebacht, ich bin oben auf der Röhre gefahren. Einmal hier... Hat's Marvin? Ich... 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 Ich flieg leider in die falsche Richtung, das ist das Problem. Ja, dann nur respawn einfach und mach, du musst danach sowieso noch einmal kurz gleiten, Mega geil! Aber sowas wünsche ich mir echt! Solche Speed-Gleits? Das ist auch relativ easy machbar, glaube ich. Ohhhh! Nein! Alles close, Mann! Hast du den Punkt nicht eingesammelt? Ohhhh... Ne, den Punkt habe ich ja eh nicht eingesammelt. Alter, 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 Alter! Äh, lol! Marvin! Versuch mal High Speed zu fahren! Ja? Ich sollte ja erstmal den Punkt enter, meinst du ja? Achso, ja, mach... Okay, mach... Machen wir, mach... Und jetzt? Jetzt kommt hier ein Glide? Ja genau, jetzt musst du rüber gleiten, das ist voll cool! Und der ist wirklich nicht allzu schwer, aber... Cool einfach nur! Lol, ich hab hier nicht mal anhandeln bekommen! Also ich hab den wirklich... Also ich hätte den First Strike und welchen gestorben... Also du hast aber diese Mega-Rampe genommen, oder? Äh, ne! Ich hab irgendwie zwei Booster genommen von dort aus! Vom Spawnpunkt aus! Du musst, wenn du... Ähm, nach dem zweiten Looping... Runterfällst... What? Dann gleite ich aber falsch! Ich fall... Ja, dann musst du... Also ich nehme mich richtig krass zurück, ne? Richtig krass! Okay, okay, machen wir mal! Nein, schon wieder nicht! Ich will hier durch! Nein! Verkackt! Nein! Ich gleite doch eigentlich schon super! Ich hab's dann hellas easy gekriegt, muss ich sagen! Hm, du kriegst nicht hier hin, komischerweise! Dann probieren sich's weiter, Senior! Oh Leute! So gleitet man aber auch, also dass ich das nicht hinkriege! Also wie weit lehntest du dich zurück? Also schon, also es funktioniert ja sonst auch immer, aber ich knall direkt auf die Straße. Komm mal vielleicht ein kleines Stückchen zurück auf die Lampe, vielleicht fehlt ja so ein Meter oder so, ich weiß ja nicht. Jetzt geht's auf hier. Faster, faster, faster. Faster. Ich hab kein Radio mehr, das ist was nervt. Kein Radio mehr, stimmt. Ah, schon wieder der gleiche Fehler. Und ich bin gestorben. Ah. Die Müllpresser hat zugeschlagen. Ist das dein Ernst? Ich kleide einfach nicht mehr. Ich kleide nicht. Als ob, ey. Komisch. Hopp. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Nein! Ohne Motorrad, glaub ich. Ja, man konnte das auf der anderen Seite. Scheiße. Das Lagerin war gar nicht so schwer. Das ist einfach Psycho gewesen. Ich raste aus, aber mir ist jetzt alles egal. Ich falle jetzt irgendwie, um das hier irgendwie zu schaffen. Wirklich. Was der? Nein! Die kriegt dich hin. Fabi. Geht ihr los? Der will nicht. Glaub ich nimm dir mal lieber die andere, die andere Lampe. Also die brauchst du echt halt nicht, ne? Ja, aber ich hab jetzt so oft probiert. Weiter geht's. Alter, ist das wie ne Stopp-Zeichen. Wo ist das Beat? Ich will das Max-Speed nehmen. Ich will das Max-Speed nehmen. Jetzt aber. Wie könnte ich denn da nicht schnell genug sein? Nice. Genial. Wirklich, Leute. Aber wir sind absolut verdammt nochmal. Ich will das nicht zurecht zurück. Ich will das nur irgendwie... Komm, komm, komm. Du musst dich noch ein bisschen nach oben rollen vor dem Speedling. Was muss ich? Ein bisschen nach oben rollen? Ja. Also rückwärts ein bisschen ran. Kannst du abspringen. Also Leute, ich habe das Gefühl, dass bei den Cunning Stunt-Maps... Ich hab ja so viele immer gesagt, dass die Leute das nicht einfach machen. Ich hab ja gesagt... Also ich hab das Gefühl, dass die aber länger sind die Maps, weil die Leute vielleicht mehr Teile nutzen können im Editor. Ja, also es gibt ja wahrscheinlich keine Hunderter-Grenze mehr. Genau. Und deswegen sind auch längerte Maps am Start. Finde ich cool. So 15 Minuten, 20 Minuten Maps. Mega geil. Ja, ja. Richtig. Beim ersten Hindernis. Richtig geil. Aber ich hoffe, es kommt noch was schweres. Ich hoffe auch. Was? Oh, das ist aber böse hier. Der Cap ist auch gegen diese Wand... Gegen die Straße gefahren, die oben war. Ich verstehe es nicht, Alter. Wie kann man denn da zu schnell sein? Und danach hat mich die Müllpresse ein paar Mal erwischt, die danach kommen. Müllpresse, mich erwischt die nicht. Ich raste aus in diesem Moment für 15 Minuten. Okay. Mir ist jetzt jedes einzelne Mietchenrecht egal, was ist. Du musst dich langfahren? Oh, auf der anderen Seite. Da schaffst du den ja nicht. Ich glaube an dich. Ich glaube auch an dich. Deswegen, ich bin langsam, fahre ich auf das Blaue rauf und trotzdem fliege immer fast rüber. Und dann... Komm, 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 komm. Wir kommen halt nicht rüber auf das Rote. Ich komme nicht rüber. Ich komme nicht rüber. Wie kommt man denn da rüber? Man ist doch zu langsam. Wie habt ihr das gemacht? Kommst du jetzt rüber? Ähm... Mit Dings... Also wir haben halt die ganze... Mit dem Wheelie. Also Wheelie tippeln einfach nur. Und dann am Ende des Loopings, also wenn du runter fährst, leicht abbringst. Aufs Blaue rauf. Vom Blauen aufs Rote, meine ich. Ach so, einfach Max Speed mit Wheelie. Habe ich gemacht. Vor den Schiff und hinten Anschwung holen und dann passt das. Ja, so habe ich es gemacht. Also nicht anders. Habe ich auch gemacht. Also es war... Ich bin... Ich hatte so viel Speed, dass ich sogar auf der Röhre gelandet bin. Nicht in der Röhre, sondern auf der Röhre. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich meine, danach Cap. Ach so, ja. In der Röhre bin ich dann runtergefahren auf die Plattform von ganz hinten mit Wheelie Max Speed. Dann hat es geklappt. Und schön nach hinten lehnen und ein bisschen so zu gleiten. Das kommt aggressiv, ey. Komm, 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 komm. Dena und Diko sind gerade zeitgleich gestorben. Perfekt. So ziemlich, ja. Die sind die Todesbrothers. Ich weiß es, ich weiß ja jetzt hier, das ist ja eine Todesbrusse. Hallo mal Wasser. Halt hier. Ganz bewusst wahrscheinlich sogar gemacht, dass ich auch so fahren kann, wie ich hier gerade fahre. Aber... Ich rast da aus, dass das... Nimm es so, wie du es kriegst. Level Asian. Nimm es Level Asian, wie du magst. Nimm es. Absolut. Jetzt muss ich so ein übelstes Riesenrampending hochfahren oder was? Okay, ich bin drauf auf der Scheiße endlich. Wo? Scheiße. Da hast du schon das Ziel. Was? Er muss mich nicht vereilen. Der, die kommt jetzt. Der, die kommt jetzt. Ja, da haben wir den Gleit gemacht, Dig, weil der mega geil ist. Ach, jetzt sind wir doppelt... ...und die Tastatur, weil es mir der Tastatur viel besser geht. So, kommen sie, kommen sie, kommen sie, kommen sie. Komm, 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 komm. Ja, wir sind erstmal spaßeshalber einmal kurz zur Militärpassung gegleitet und danach erstens das Ziel. So, wow. Close, close. Hä, wie soll man denn den Kumpen kriegen? Sooo! Wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin. Ich beobachte jetzt Marvin, ich will was sehen. Lol, aua. Aua! Unfall gebaut. Nein. Was ist passiert? Unfall. Aha, Bildschirm schwarz, ich will mal bossa. Jetzt bin ich wieder drauf. Ist nichts passiert, ich hatte keinen Unfall. Warte, ich will mal bossa, ich will mal bossa, ey, ich seh nix! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er? Da. Was? Hier chillen wir jetzt. Chillen, chillen. Da muss man, glaube ich, links weiter. Das blöde Labyrinth hier. Loll. Bist du schon in dem Labyrinth, den er? Loll. Du musst am Anfang links fahren. Das war genial. Komplett links. Komplett links. Und dann geht's leicht hoch und dann kannst du rechts fahren. Aber chillen. Ja, ein bisschen Speed brauchst du halt. Ich hab's doch gehört, ich hab's doch gehört, Mann. Aber direkt hinter der Tür und du bleibst da wirklich noch stehen, um zu gucken. Piep 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 piep. Ich wollte nicht weiterfahren, weil's gepiept hat. Aber ich war schon zu nah dran. Ja, so geil, Alter, wirklich. Und piepst du noch irgendwo? Ja, die ganze Zeit links? Kann ich sein. Ja, ganz am Anfang muss man links fahren. Da geht's auch leicht hoch. Genial. Da komm ich her, glaub ich. Ja, dann warten wir, denk ich, mal auf die Jungs und unsere Krise. 6, 1,5 Stunden später. Der ist cool. Puh, was kommt denn jetzt noch nach... Was kommt denn nach dem Flugplatz denn noch, Jungs? Ich werfe mit Tränengas. Mit zwei Sprünge, dann war's das. Mit zwei Sprünge, dann war's das. Das ist ja gar nichts. Felix, hat das geschafft? Ja, hat is gleich. Ja, hat is gleich. Oh, ja, das glaub ich erst, ich muss das geschafft haben. Jetzt wird's doch noch eng. Ach, ja. Als ob ich das jetzt nicht schaffe, ich rast daraus. Schleckter fahren, lieber. Schleckter fahren, lieber. Schlecken, wird leider vierter. Durch die Tür, durch die Tür. Hier ist die Tür. Fahren sie durch, fahren sie durch. Also nochmal Props an den Map erbauen. Da auf die rote Rampe, schnell, schnell, schnell. Du brauchst ein bisschen Speed, aber nicht zu hoch. Einfach rüber, einfach rüber, einfach rüber. Und jetzt rüberfahren. Es sind nur noch 5 Sekunden, was habt ihr denn gemacht? Hier ist aber das Ziel. Oh Gott. War perfekt an die Zeit von Liko. Die Map ist vorbei. Siebzehn Minuten. Oh, das ging aber echt hurtig von der Hand. War geil. Nächste Folge, wo wir mit Felix am Start sind, gibt es endlich wieder was mit Flugzeugen. Ein schönes Battle. Und dann würde ich sagen, Leute, bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.